Eine ältere Frau wird von ihren Kindern aus ihrem Haus vertrieben. Als sie jedoch 10 Millionen Dollar im Lotto gewinnt, kommen sie ihr hinterhergekrochen. Sie konnten sich jedoch nicht vorstellen, was sie ihnen antun würde. Emma Jones war eine verwitwete Mutter, die sich mit viel Liebe und Sorgfalt um die Erziehung ihrer Kinder kümmerte. Doch trotz all dieser Fürsorge taten ihre eigenen Kinder ihr etwas Grausames an. Emma Ehemann starb an Krebs und zwang sie, sich weiterhin allein um die Familie zu kümmern. Sie bekam zwei Kinder, Eloase und Marquez, und obwohl sie sich bemühte, ihnen moralische Werte zu vermitteln, lief es nicht nach Plan. Die Jungen wurden verwöhnt und manipulativ und nutzten die bedingungslose Liebe ihrer Mutter aus, um sich persönlich zu bereichern. Emma, die von Liebe getrieben wurde, erfüllte stets die Wünsche ihrer Kinder. Doch dann kam der Moment, in dem Eloase und Marquez ihre Undankbarkeit gegenüber der Frau zeigten, die ihnen das Leben geschenkt hatte. In einer rücksichtslosen Tat ihre Kinder sagten, dass Emma alt und krank sei und dass sie das Haus verlassen solle, damit sie ihr eigenes Leben führen könnten. Eloase sagte, dass das Haus ihnen gehöre, weil es auf den Namen ihres Vaters laufe und dass Emma nur ein Ärgernis sei. Er sagte, ich denke, es ist an der Zeit, dass du gehst und uns glücklich werden lässt. Emma war schockiert und erwiderte. Wie kannst du das sagen, mein Sohn? Ich habe ihm das Leben geschenkt, genau wie deinem Bruder, wie kannst du nur so grausam sein? Marquez lachte und fügte hinzu. Es tut mir leid, liebe Mutter, aber du musst hier weg, wenn es sein muss, schicken wir dich in ein Heim, da bist du besser aufgehoben. So können mein Bruder und ich in Ruhe und Frieden leben. Emma war erstaunt über die Kälte und Dreistigkeit ihrer Kinder und antwortete. Ich lebe seit Jahren in diesem Haus und ich werde es auf keinen Fall verlassen. Wie könnt ihr so undankbar sein nach allem, was ich für euch getan habe? Ihr habt kein Recht, mir das anzutun, ihr seid meine Kinder. Dann sagte Eloase mit spöttischem Tonfall zu ihrer Mutter. Es tut mir leid, Mama, aber ihr müsst gehen. Hier sind die Papiere, das Haus gehört uns und ist ein Erbe unseres Vaters, also müsst ihr sofort gehen. Die Kinder packten die Taschen ihrer Mutter, nahmen all ihre Habseligkeiten und ließen sie auf der Straße liegen, ohne Erbarmen, ohne Reue. Dann sagte Marquess sarkastisch. Kommt nie wieder hierher, von jetzt an seid ihr für immer weg. Wir werden alle Schlösser auswechseln, damit du dieses Haus nie wieder betrittst, auf Wiedersehen, liebe Mutti. Emma verließ das Haus mit ihrem Koffer, ging ziellos umher, war traurig und weinte viel. Eloase und Marquess feierten und gaben eine Party, weil sie glaubten, dass sie das Haus bekommen hatten, aber das Schicksal würde diese gierigen Geschwister bald bestrafen. Emma ging eine dunkle und verlassene Straße entlang, trotzte der Kälte und dem Regen, während sie weinte und eine tiefe Traurigkeit empfand. Die Zeit verging und Emma lebte schließlich als Bettlerin auf der Straße, ernährte sich von Essensresten und schlief auf Brücken. Doch das Schicksal lächelte bald wieder und brachte ihr Hilfe. Eines unerwarteten Tages sah eine schöne und charmante Frau die alte Dame und hatte Mitleid mit ihr. Sie beschloss, sich der alten Frau zu nähern und mit ihr zu sprechen und ihr Geld zu geben, um etwas zu essen, zu kaufen. Die Frau fragte. Guten Tag, gnädige Frau, was hat sie in diese Straße und in diesen beklagenswerten Zustand gebracht, in dem sie leben? Zunächst fühlte sich Emma nicht wohl dabei, mit einer fremden Frau zu sprechen, aber im Laufe des Gesprächs fühlte sich die alte Frau immer wohler und beschloss, es ihr zu erzählen. Emma erzählte ihr die ganze Geschichte von ihren undankbaren Kindern und der kalten Art, mit der sie aus dem Haus geworfen wurde. Die Frau war empört über die Geschichte der älteren Frau und stellte sich vor, wobei sie verriet, dass ihr Name Nathalie war. Erschrocken über die Situation rief die Frau aus. Frau Emma, was für undankbare und herzlose Kinder, aber keine Sorge, ich werde alles tun, was ich kann, um ihnen zu helfen, diese schwierige Situation zu überstehen. Überwältigt von ihren Gefühlen, fragte Emma Nathalie. Warum hilfst du mir? Wir sind nicht verwandt, ich bin praktisch eine Fremde für dich, aber Gott segne dich, mein Kind. Mit einem Lächeln im Gesicht antwortete Nathalie der alten Dame. Du erinnerst mich so sehr an meine verstorbene Großmutter, ich sehe sie in dir und ich habe wunderbare Erinnerungen. Wenn ich dich ansehe, ist es, als würde ich meine liebe Großmutter sehen, möge sie in Frieden ruhen, sie hat mich nach dem Tod meiner Eltern aufgezogen. Emma war von Nathalie Geschichte sehr berührt und ihr liefen Freudentränen über das Gesicht. Nathalie beschließt, Emma bei sich aufzunehmen und bietet ihr einen Job als Hausmädchen und Babysitterin für ihre Kinder an. Emma duscht, zieht sich an und präsentiert sich tadellos für ihren neuen Job. Nathalie arbeitet als Managerin in einem Bekleidungsgeschäft und hat zwei entzückende Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Die Kinder wachsen Emma schnell ans Herz, als wäre sie ihre Großmutter und die ältere Frau spürt, dass sie mit dieser Familie Momente der Freude erlebt. Eloase und Marquez hingegen machen sich nicht die Mühe, nach ihrer Mutter zu suchen und zeigen kein Interesse an ihr. Nathalie Ehemann Henry entwickelt eine besondere Zuneigung zu Emma und behandelt sie so fürsorglich, als wäre sie seine Mutter. Henry arbeitet in einem Büro und verdient wenig, aber er ist glücklich und unterstützt seine Familie so gut er kann. Sowohl Nathalie als auch Henry entwickeln eine aufrichtige Zuneigung zu der älteren Frau und stellen fest, dass sie ein Talent zum Backen von Brot und Gebäck hat. Gemeinsam beschließen sie, mit ihren Ersparnissen in Emma zu investieren, um eine Bäckerei zu eröffnen. Emma wird von Henry und Nathalie sehr geschätzt und geliebt, als wäre sie ihre Mutter. Mit viel Mühe und der Hilfe von Henry und Nathalie sind sie sehr glücklich über den Erfolg von Emma Brot und Gebäck, sodass sie ihre Schulden und Rechnungen abbezahlen können. Henry, strahlend, sagt glücklich zu Emma. Madame, sie sind unglaublich, ihre Brote und Kuchen sind ein großer Erfolg, dank ihnen haben wir unsere finanziellen Probleme überwunden. Sie waren ein wahrer Segen in unserem Leben, verzeihen sie mir, wenn ich unhöflich oder beleidigend wirke. Emma antwortete daraufhin mit einem Lächeln im Gesicht. Keine Sorge, Herr Henry, sie haben nicht gelogen, sie haben nur die Wahrheit gesagt. Leider haben wir uns unsere Kinder nicht ausgesucht, das Leben hat sie uns geschenkt und wir hatten keine Wahl, aber es sind meine Kinder und ich hoffe, dass sie sich in ihrem neuen Leben gut entwickeln. Henry lächelte und sagte, Es ist nicht deine Schuld, du hast alles für sie getan, du hast sie geliebt, du hast sie erzogen und sie sind ihren eigenen Weg gegangen. Aber glaube mir, nichts bleibt ungestraft in diesem Leben, und eines Tages wird das Leben seinen Tribut für das fordern, was sie dir angetan haben, das ist kein Fluch, Emma, das ist Schicksal. Emma erkannte Henry Aufrichtigkeit und erwiderte, Ich hoffe, dass das Leben meinen Kindern wohlgesonnen sein wird und dass sie in der Realität aufwachen, aber wenn es sein muss, wenn es Schicksal ist, dann ist es eben so. Mit viel Mühe, Hingabe und harter Arbeit gelang es Emma, ihr eigenes Haus zu kaufen. Dann beschloss sie, ein kleines Risiko einzugehen und kaufte ein Lotterielos, das sich zu ihrem Glück als Gewinn herausstellte. Emma gewann 10 Millionen Dollar, was Emma, Nathalie und Henry sehr glücklich machte. Die drei legten ihr Geld klug an, Emma kümmerte sich nicht um Geld, sie wollte nur glücklich sein und ein ruhiges, friedliches Leben führen. Doch das Schicksal stellte Henry und Nathalie bald auf die Probe. Eines Tages erkrankte Emma, was ihr große Sorgen bereitete. Henry und Nathalie brachten sie zu einem Arzt, der bei ihr ein schweres und unheilbares Herzleiden feststellte. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters blieben Henry und Nathalie immer an Emma Seite. Sie ließen sie nie allein, nicht einmal, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Da sie wusste, dass sie diese Welt verlassen würde, bat die alte Frau einen Anwalt, ein Testament zu verfassen, das ihren Wünschen entsprach. Der Anwalt legte das Testament vor, aus dem hervorging, dass sie beschlossen hatte, das gesamte Geld Henry und Nathalie zu vermachen, einschließlich einer Schutzklausel für das nette Ehepaar, das sie aufgenommen hatte, da sie befürchtete, dass ihre gierigen Kinder versuchen würden, ihnen zu schaden. Nathalie und Henry versprachen feierlich, sich gegenseitig vor Eloase und Marquez zu schützen, sollten diese versuchen, ihnen zu schaden. Im Laufe ihres Lebens ergriff Emma verschiedene Schutzmaßnahmen für das Paar und Henry und Nathalie unterstützten die schöne Frau stets. Nach einem unermüdlichen Kampf um ihr Leben verließ Emma die beiden traurig, aber mit dem Glück, Henrys und Nathalie bedingungslose Liebe erfahren zu haben. Sie waren wie ihre eigenen Kinder, sie kümmerten sich um die verlassene Dame und liebten sie, obwohl sie nicht ihre leiblichen Kinder waren. Emma tot traf Henry und Nathalie tief und sie waren sehr traurig. Sie organisierten eine Beerdigung für Emma und würdigten diese wunderbare Frau, die ihnen im Leben so viel geholfen hatte. Obwohl sie viele wertvolle Besitztümer besaßen, arbeiteten Henry und Nathalie weiter und investierten in Unternehmen, um zu Wohlstand zu kommen, aber sie hatten immer einen besonderen Platz in ihren Herzen für Emma. Sie sehnten sich unendlich nach derjenigen, die ein wahrer Engel in ihrem Leben war. Doch das Schicksal hatte noch einige Überraschungen für das Paar auf Lager. Eines unerwarteten Tages klopfte es an der Tür und zu Henrys und Nathalie Überraschung waren es Eloase und Marquess, die ihre Mutter sehen und wissen wollten, wie es ihr ging. Sie stellten sich vor und fragten nach Emma, da sie vor kurzem erfahren hatten, dass sie in der Lotterie ein Vermögen gewonnen hatte und wollten sie mit nach Hause nehmen. Henry und Nathalie waren empört über die Dreistigkeit und den mangelnden Charakter ihrer beiden Söhne und Henry rief in einem Anfall von Entrüstung aus, »Ihr seid also die undankbaren Kinder von Frau Emma?« Diejenigen, die sie mit nichts auf der Straße zurückgelassen haben, die sie aus ihrem Haus geworfen haben, als wäre sie ein Tier. Ihr seid egoistisch und grausam, völlig ohne Mitgefühl. Nathalie, die ihren Mann unterstützt, fügte hinzu, »Emma hat uns viel von dir erzählt und wie gemein und grausam du warst, als du deine eigene Mutter im Stich gelassen hast, und jetzt wagst du es, mit einer solchen Dreistigkeit, sie wieder zu suchen. Ihr seid die schlimmsten Kinder, die man haben kann, arme Frau Emma.« Marquez versuchte dann, seinen Ruf und den seines Bruders zu beschwichtigen, indem er sagte, »Bitte beruhigen Sie sich, es ist nicht so, wie Sie denken, wir waren damals unreif, wir haben unsere Fehler eingesehen, jetzt wollen wir es bei unserer Mutter wieder gut machen. Wir haben gehört, dass sie Millionärin ist, und wir wollen sie sehen, wir werden sie nach Hause bringen und uns um sie kümmern, wir werden unser Bestes tun, um die besten Söhne der Welt zu sein«, sagte Henry zu den beiden vorlauten Brüdern mit ernstem Gesicht. »Ihr wollt Emma finden? Ihr könnt sie auf dem Friedhof finden, Emma ist vor ein paar Monaten gestorben und ihr seid zu spät gekommen, sie hat diese Welt verlassen, aber sie ist friedlich und glücklich gegangen.« Fügte Nathalie zu Henrys Worten hinzu, »Genau, Emma ist gestorben und du bist hier nicht willkommen, nach allem, was du ihr angetan hast, hat sie sehr gelitten und war von deiner Undankbarkeit enttäuscht. Jetzt ist sie frei von der Last, Kinder wie ihr beide zu haben.« Emma Kinder waren schockiert über die Enthüllungen der Frau. Sie beschlossen, ihre Rechte als eheliche Kinder einzufordern und das Erbe ihrer Mutter zu erhalten. Obwohl sie rechtmäßige leibliche Kinder waren, kannte Emma ihre Kinder gut und hatte Nathalie und Henry vor deren Undankbarkeit gewarnt. Nathalie antwortete fest und zuversichtlich. Ihr solltet euch keine Hoffnungen machen, Emma hat beschlossen, zu Lebzeiten etwas zu tun und ich werde euch die Dokumente zeigen. Die jungen Leute waren schockiert und frustriert, als sie die Dokumente sahen und entdeckten, dass ihre Mutter Nathalie und Henry als ihre gesetzlichen Erben eingesetzt und sie als ihre eigenen Kinder adoptiert hatte. Emma sorgte dafür, dass alles Henry und Nathalie gehörte und Eloase und Marquess waren frustriert und entrüstet. Eloase weinte und sagte, »Das kann nicht wahr sein, wir sind ihre Kinder, wir wurden von ihr geboren und wir haben Rechte, unsere Mutter kann uns das nicht angetan haben.« Nathalie überreichte den Brüdern schnell einen von Emma geschriebenen Brief. Hier ist ein handgeschriebener Brief von eurer Mutter, Frau Emma. Euer Erbe ist hier beschrieben, lest und versteht, respektiert ihren Willen. Eloase entfaltete den Brief und fand die folgenden Worte darauf geschrieben. Meine geliebten Kinder, ich fühle, dass ihr undankbar und grausam zu mir gewesen seid, ich habe euch Liebe, Zuneigung und Erziehung geboten, aber ich wurde gnadenlos verstoßen, als wäre ich ein verlassenes Tier. Andererseits waren Henry und Nathalie, auch wenn sie nicht dieselbe Blutsverwandtschaft haben, mehr wie Kinder für mich als ihr beide. Deshalb habe ich beschlossen, jedem von euch nur ein Auto zu hinterlassen und sonst nichts. Mein Wille muss respektiert werden, denn Henry und Nathalie haben mich aufrichtig geliebt, als ich noch lebte. Sie haben diese Belohnung verdient, nicht ihr. Ihr müsst für die Dinge kämpfen und ihren Wert lernen. Während meines Lebens hast du mich nicht wertgeschätzt und Geld in deinen Händen würde nur verstärken, was du bereits bist, und ich kann nicht zulassen, dass du deinen Weg verlierst. Henry und Nathalie sind würdig und werden immer in meiner Erinnerung bleiben, ich liebe euch, meine Kinder, aber ihr verdient nicht, was ich erreicht habe. Lebt wohl, meine Kinder, geht weiter, arbeitet und baut euch euer eigenes Leben auf, Gott segne euch, in Liebe, Emma. Eloise und Marquess waren frustriert und drohten, Nathalie und Henry zu verklagen, doch das Ehepaar ließ sich nicht beirren und warf die undankbaren Kinder gnadenlos aus dem Haus. Die beiden Brüder waren am Boden zerstört und dachten über die Grausamkeit nach, die sie ihrer Mutter angetan hatten, während das Leben ihnen eine schmerzhafte Lektion erteilte. Währenddessen lebten Nathalie und Henry in Frieden und Harmonie, hielten sich an Emma leeren und widmeten sich der Betreuung ihrer Kinder, um ihren Geist frei von Korruption und Ehrgeiz zu halten. Eloise und Marquess hingegen schätzten das, was sie hatten, nicht, verkauften ihre Autos und verloren, da sie keine Berufserfahrung hatten, ihr Haus und alles, was sie besaßen. Nun bettelten sie auf der Straße und lebten von Essensresten. Sie bedauerten ihr Verhalten gegenüber ihrer Mutter zutiefst und wünschten sich, sie hätten anders gehandelt. Nur die Erinnerungen an Frau Emma blieben, während Henry und Nathalie in ihrem Geschäft florierten und die Früchte ihrer harten Arbeit und Mühe ernteten. Sie erzogen ihre Kinder zu guten Menschen und hielten Emma leeren in Ehren. Einmal im Monat besuchte das Ehepaar Emma Grab, würdigte sie und erinnerte sich liebevoll an die gütige und mitfühlende Frau, die ein Engel in ihrem Leben gewesen war. König Wanne Wanne Wanne